so da sind wir wieder bei let's play minecraft wie ihr seht bin ich wieder oben in meiner basis habe ein bisschen hier aufgeräumt und so hier ist essen und sattel hier sind sind hier drin hier habe ich jetzt werkzeug reingepasst was ich jetzt auch mitnehmen werde also bis auf die diamanten spitzhacke und die schaufeln bis auf diese einer da so nehmen wir so ein schwert und so ein schwert vorsteller mit hier habe ich sonst hier ist also alles was man irgendwie man gebrauchen könnte und hier habe ich halt die blöcke an den kann man dann ja dann gehen wir runter und davor die fackeln wo sind die fackeln habe ich keine fackeln mehr fackeln okay die muss ich noch herstellen nehmen wir gleich davon auch welche mehr genug stäbe stellen wir gleich ein paar fackeln ja man dumme spinne sei ruhig ich hasse dich geh sterben okay die fast kaputte packen wir da unten hin da war auch das fast kaputte hin fackeln da und da das schwert ja natürlich ist das wieder nach unten gefahren weil ich jedes mal wieder hin bekomme ich hätte schilder mitnehmen sollen und diesmal ist das wo sie dann später einbauen stimmt aber das ist bis hier hinten gefahren ach so okay nein hier ging sich lang hier hinten das wollte ich eigentlich nicht ich werde ein zombie eher man mich hier in komischen weg gelaufen hier unten war ich so jetzt weiß ich wieder wo nein so ich dachte mir was das ist kaputt geht so nur das nehmen wir mit so das war's gehen wir erstmal in die andere richtung so so aber er hat sich das nahe an es kann dann dass die sound-effekte mehr sind ich habe einfach nur allgemein bei mir laut okay gold 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 eigentlich brauche ich ja kein gold mehr und deswegen hört sich das so nah an er hat sich das so nah an weg hier alter kein wunder aber wo kommen die her ach von da ja ich fahre gehe gerade so fast meine fraise meine fraise Wo kann man unser Schienensystem weiterbauen? Wuhuuu! Ja, hier hinten ist Lava, das hab ich mir auch gemerkt. Da unten gehen wir später noch hin. Es war ein bisschen riskant, da runter zu springen. Hm, hm, ja. Oh, hier ist schon ein Ende. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte jetzt irgendwas sagen, jetzt hab ich's vergessen. Nooo. Was hab ich vergessen? Was wollte ich sagen? Ähm, ja, ich könnte euch natürlich auch andere Let's Plays angucken. Welche ich, ähm, ich würde empfehlen, wenn ihr euch auch Raziel 5000's Let's Play anguckt. Dank ihm bin ich auch zu Minecraft gekommen. Hätte ich sein Let's Play nicht gesehen. Ich hätte nicht mal erfahren, dass es sowas wie Minecraft gibt. Also, danke nochmal an Raziel 5000, dem es heute leider nicht so gut geht. Hm, aber sonst kommt eigentlich auch täglich mindestens eine Folge von Raziel. Also, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr euch das anguckt. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ja, das war klar. Hm. Oh. Aua. Das war knapp. Das war knapp. Egal, wir arbeiten jetzt hier noch weiter. Das ist mir scheißegal. Scheißegal. Das ist mir sowas von scheißegal. Das nächste Skelett wird mich eh töten. Ah, die Hülle ist riesig. Also, eigentlich sollte ich hier einen nicht auf heile Welt machen. Aber... Fuck drauf. Äh, was hab ich grad gesagt? Fuck drauf? Ähm, ich meine natürlich. Ähm. Ist mir egal. Hm, hm. Und nicht, was ich grad gesagt hab. Hä? Moment, da sieht's, das ist komisch. Da hinten ist Lava, aha. Ah. Hier kommen wir auf jeden Fall zurück. Also hierher zurück. Um zu gucken, ob hier wirklich ein Dungeon ist. Äh. Machen wir es lieber so. Am Ende kommt noch Lava und dann sind wir im Arsch und alle unsere Rohstoffe noch dazu. Und das wäre echt das Letzte, was ich möchte. So. Weil ich höre hier eindeutig ein Skelett oder so. Wenn ich hier so im normalen Weg sterbe, ist mir das scheißegal. Hier kann ich ja alles wieder aufsammeln, aber... In Lava? Alter, diese Höhle! Und nicht noch mehr Lava. So, jetzt gehen wir nach oben, ja. Wenn ich den Weg finde. Ha, ha. Ha, ha. Ich muss hier echt Schilder machen. Kam ich von da? Ich meine nicht. Doch. Stimmt, hier haben wir Gold oder so weggemacht. Ja, ja. Was war hier unten? Ah, hier komme ich her. Gut. Ich bin so dark now, it's hard to even see. The tunnels getting black. I'm almost out of trees. I go back for more gold. Hm, so. Da. Hier muss ich mir mal markieren. Den kürzeren Weg nach oben. Hier muss ich auf jeden Fall Treppen noch einbauen. Oder so. Das ist immer noch paradox mit dem Licht. Warum geht's da oben bis sonst wohin und hier nicht? Ach ja. So. Ach, ich weiß wieder, wofür ich den Booster brauche. Damit dieses Drecks Ding in diese Richtung geht. Ha. 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 Ob ich es jetzt mal schaffe? Nein. Ich hab noch nicht den richtigen Weg gefunden, nochmal raus zu. Ähm, ja. Nahrung, das brauchen wir jetzt. Brot und noch ein Brot. Sollte reichen. Oder auch nicht. Dann hätte ich mir noch das hier. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Kohle. Äh, Kohle einschmelzen. Ja. Nein, das einschmelzen. Das einschmelzen. Ja. Ja. Ich kann euch ja schon mal sagen, was ich so vorhabe hier noch. Die Mauer ist nur so provisorisch erstmal. Ähm. Ich werde das offscreen natürlich. Das werde ich auf jeden Fall offscreen machen. Dass ich das hier alles auf eigene Ebene bringe. Alles bis da unten irgendwie. Weil. Das. Zu zeigen. Ey, das wäre echt öle. Aber mal gucken, was ich das mache. Ja. Dann werden wir hier eine Mauer und ganz viele Häuschen bauen und so. Und viel sowas. Ach, wenn wir dann sehen. Ich habe noch nicht so ganz den Plan davon. Aber ich weiß nur eins. Das war es leider schon für heute. Mit Let's. Oder mache ich noch eine? Auf jeden Fall. Dann mache ich hier schon mal einen Cut. Also bis gleich würde ich sagen. Okay.